Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles um das Thema Stirndesign und die Behandlung hat schon einmal begonnen. Hier unterspritzen wir feinstes Botox in Kombination mit Hyaluronsäure. Wieso tun wir das? Weil die natürliche Mimik der Stirn erhalten werden soll und es nicht maskenhaft aussieht. Hier sehen wir gerade, wie eine Behandlung vonstatten geht. Und zwar wird punktual unterspritzt an der kompletten Stirn. Und diese Patientin sehen wir dann nach ungefähr 10 bis 14 Tagen wieder zu einer Nachuntersuchung. Da müssen wir genau schauen, ob sie denn auch zufrieden mit der Behandlung ist. Und genau, ansonsten können wir uns erstmal zufrieden verabschieden.